Am Mittwoch darauf den Artikel 155 der Verfassung in Gang zu setzen. Noch ist in Barcelona alles wie zuvor. Rajoy machte außerdem klar selbst, wenn sich Puigdemont am Montag auf ein schriftliches Jahr zur Unabhängigkeit festlegt, soll er weitere Tage haben, um dieses Jahr zurückzuholen. Die vorläufige Deadline, die die Zentralregierung gesetzt hat, ist der 19. Oktober. Page 2 Außerdem ließ sich Rajoy auf die Forderung von Sozialisten-Chef Pedro Sánchez ein, eine Reform der Verfassung von 1978 anzugehen. Diese wird von vielen Spaniern als Hauptursächlich für die Verkrustung der politischen Struktur angesehen. Im gleichen Atemzug könnte das Autonomiestatut Kataloniens reformiert werden, möglicherweise ein besserer Finanzausgleich für die Region herausspringen, etwas, was viele der Separatisten unter vorgehaltener Hand auch fordern. So viel Entgegenkommen aus Madrid gab es zuletzt selten, bisher lassen sich aus dieser spanischen großen Krise zwei Schlüsse ziehen. Erstens die Zeit der Kompromisslosigkeit führt Spanien nicht weiter. Bislang war das politische System nur auf Konfrontation, nicht auf Kooperation ausgelegt. Seit der Einführung der Demokratie regierten immer entweder die Sozialisten oder die Konservativen. Zwischen den beiden Lagern bekämpfte man sich stets hart. Verhandlungen und Dialog, das war was für Schwächlinge. Auch in der Katalonien-Frage. Im besten Fall ist also die neue Kommunikation der Zweideutigkeit ein erster Schritt und die spanische Politik ist dabei, sich aus einer zerstörerischen Kultur zu befreien. Fast noch wichtiger ist eine zweite Beobachtung. Die jungen Unabhängigkeitskämpfer, die am Dienstagabend enttäuscht auf Barcelonas Straßen herumstanden, wollen sich eigentlich gar nicht von Spanien lösen. Sie wollen nur Weg aus dem politischen System, der Monarchie, der Korruption, der Unfähigkeit zum Dialog. Es hat ihnen, so eine weit verbreitete Meinung, nur Ärger, eine schwere Wirtschaftskrise und Perspektivlosigkeit gebracht. Was ist, wenn sich Madrid verzockt? Diese Menschen suchen eine politische Zukunftsvision, eine glaubwürdige Alternative zum Status quo. Das zeigte auch die Euphorie für den jungen linken Politiker Pablo Iglesias, der im Jahr 2015 und 2016 mit seiner Linksformation Podemus Wirkön bei den nationalen Wahlen antrat. Er versprach, Schluss zu machen mit der Korruption, mit der harten Sparpolitik, mit den sozialen Härten. Doch als er die Chance zum Regieren bekam, zuckte er zurück, die potenziellen Partner, Chiudadanos und Sozialisten, seien programmatisch zu anders drauf. Am Ende verhielt sich Iglesias wie die Politiker, die er eigentlich ablösen wollte. Er scheute den schwierigen Kompromiss und stärkte so den Status quo. Aber auch unter dem konservativen Mariano Rajoy könnte sich Spanien ändern. Langsam natürlich, eine Verfassungsreform kommt nicht von heute auf morgen. Doch könnte der richtige Ton gegenüber den Katalanen den politischen Separatismus schnell weiter schwächen. Spanien steht semantisch und auch politisch am Scheideweg. Möglich ist natürlich auch, dass bald wieder die harten Töne überwiegen. Sollte Puigdemont auf Rajoy's Schreiben mit Ja antworten, dann wird Madrid die Regionalverwaltung außer Kraft setzen und wohl versuchen? Mithilfe des Verfassungsartikels 155 Neuwahlen des katalonischen Nationalparlaments auszurufen. Das wäre insofern eine demokratische Lösung, weil ja auch die Unabhängigkeitsparteien wieder antreten könnten. Die Gegner einer Unabhängigkeit hoffen, dass sie dann keine Mehrheit im Regionalparlament mehr bekommen. Doch was, wenn sich Madrid verzockt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017